Das britische Außenministerium warnt vor Reisen in die Türkei. Auf der Internetseite des Außenministeriums wird vor Reisen nach Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunçeli, Hakkari, Kilis und Hatay gewarnt. Auch bei Flügen von der Türkei ins Vereinigte Königreich könnten die Sicherheitskontrollen verschärft werden. Die britische Regierung bittet für diesen Fall daher um Mitarbeit.